Grüß dich, ich bin der Eichelbär und herzlich willkommen in der Wohnung, die mir im Fernseher aussieht. Alexa, Alexa schandt die TV aus, Alexa schandt die TV aus. Und jetzt habt ihr gesehen, wie meine Rolle im Fernseher aussieht. Und wie hat euch das gefallen? Bitte schaut euch mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochen.